Mir ist neulich was aufgefallen. Schaut euch das mal an. Wenn ich 1 mal 3 rechne und dann plus 1, da kommt 4 raus. Jetzt nehme ich die ersten beiden Zahlen jeweils, die nächsten beiden Zahlen, also nicht 1 mal 3, sondern 2 mal 4, jeweils 1 größer, 2 mal 4. Und jetzt addiere ich wieder 1. Was kommt da raus? 9. Nochmal. Ich nehme wieder die beiden Faktoren jeweils um 1 größer. 3 mal 5 ist 15 plus 1, 16. Ach komm, wir machen es nochmal. 4 mal 6 ist 24 plus 1, 25. Fällt was auf? Wem fällt was auf? Genau, Meistertyp-Kit, das sind Quadratzahlen. Kommen da immer Quadratzahlen raus? Also wenn ich eine Zahl nehme, multipliziere mit der Zahl 2 größer, 5 mal 7 ist 35 plus 1 ist 36. Das ist ja lustig, oder? Wieso ist denn das so? Und ist das immer so? Oder haben wir jetzt nur Glück gehabt bei den ersten 5 Versuchen, die wir gemacht haben? War das nur Glück? Riecht nach Beweis durch vollständige Induktion? Das könnte man machen, braucht man hier aber tatsächlich nicht. Man kann es direkt beweisen. Das schreit nach binomischen Formeln. Da kommen bestimmt binomische Formeln vor. Okay, das riecht nach einer binomischen Formel. Naja, okay. Dann versuchen wir mal, die Struktur dessen, also diese Aufgaben haben eine bestimmte Struktur. Die Aufgaben haben eine bestimmte Struktur. Versuchen wir mal, diese Struktur allgemein aufzuschreiben, um daran zu zeigen, dass eine Quadratzahl rauskommen muss. Wie ist denn die allgemeine Struktur von einer Aufgabe hier in dieser Art, dieser Form? Also linke Seite der Gleichung, die Terme auf der linken Seite haben eine bestimmte Struktur. Aha, xph pastet schon die Struktur. Also n mal n plus 2, also eine Zahl multipliziert mit der Zahl 2 größer plus 1. So, was können wir jetzt machen? Mal sehe ich noch nicht, dass das eine Quadratzahl ist. ausmultiplizieren, okay. Ja, machen wir mal. Ausmultiplizieren. n Quadrat, ne, plus 2n plus 1. Sehe ich immer noch nicht, dass es eine Quadratzahl ist. Ah ja, genau. Und das ist n plus 1 zum Quadrat, ne. erste binomische Formel. Okay. Genau. Also, wenn ich hier die erste Zahl betrachte, was kommt raus? Die erste Zahl plus 1 zum Quadrat. Also, hier bei 1 kommt 2 Quadrat raus. Bei 2 kommt 3 Quadrat raus und so weiter. Ja, super. Genau. Also, es kommen immer Quadratzahlen raus. sehr gut. Sehr gut. 5 plus 7 plus 9 plus 11. Hi, Grimm. Schön, dass du da bist. das können wir uns gleich auch nochmal anschauen, ne? Sind denn die, die Quadratzahlen scheiden ja in irgendeiner Form immer den Abstand, der ungerade, also, ne, zwei aufeinander folgende Quadratzahlen haben einen Abstand, der so groß ist wie eine ungerade Zahl und die ungeraden Zahl sozusagen immer, immer die nächste genommen. Das ist eine blöde Erklärung gerade gewesen, ne? Aber wenn ich jetzt die, 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 ähm, nächst kleinere Quadratzahl oben noch nehme, das wäre ja die 1, die haben wir noch gar nicht, ne? Also, hier die 1, dann würde sich hier ergeben plus 3. Oder anders gesagt, wenn ich die ungeraden Zahlen aufaddiere, 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 und so weiter, kommen immer Quadratzahlen raus, ne? Ich kann alle Quadratzahlen erzeugen, indem ich die ungeraden Zahlen aufaddiere. Ja, x, genau. Das ist, ähm, genau. Der Trick, den deine Grundschullehrerin sozusagen oder Mathelehrerin auch verraten hat, ja. Cool. Aber wieso ist das so? Warum ist es so, wenn ich die ungeraden Zahlen aufaddiere, dass immer Quadratzahlen rauskommen? Das kann man sich sehr schön bildlich deutlich machen, ne? Ich beginne mal bei der ersten Quadratzahl, bei der 1. Mal mal hier die 1 hin. So, jetzt addiere ich die nächste Quadratzahl 3. Wie kann ich die 3 draufaddieren, sodass man sieht, dass ein Quadrat rauskommt? Entschuldigung, die nächste ungerade Zahl. 3 will ich draufaddieren. Wie kann man jetzt sehen, wenn ich auf die 1 eine 3 draufaddiere, also 3 Böbel dahin male, dass eine Quadratzahl rauskommen muss? 2 mal 2 müsste rauskommen, genau. Also hier so über Eck, ne? 1 plus 3 ergibt 4. So, jetzt nehmen wir die nächste ungerade Zahl drauf, 5. Wie muss ich jetzt die 5 da dranlegen, um zu sehen, dass wieder eine Quadratzahl rauskommt? Da muss 3 mal 3 rauskommen, genau, ne? Ich muss die 5, ich habe ja gerade die 3 dran gelegt, und ich muss jetzt die nächstgrößere Quadrat, die nächstgrößere ungerade Zahl dranlegen, also 3 plus 2, ne? 5 dran gelegt, kommt wieder eine Quadratzahl raus insgesamt. Genauso bei der 7 jetzt. Wenn ich die 7 dranlege, ich habe ja gerade die 5 dran gelegt, ich kann die 5 nochmal dranlegen, und zu 7 fehlen gerade die beiden hier am Rand und schon habe ich wieder eine Quadratzahl. Lord Hammer sagt, also das ist eine schöne visuelle Begründung für die Tatsache, dass, wenn ich die ungeraden Zahlen der Reihe nach aufaddiere, immer eine Quadratzahl rauskommen muss. Genau, man muss horizontal und vertikal immer eins mehr nehmen, ist halt genau plus 2, genau als die letzte Zahl, die ich drauf verdient habe, und 2 mehr, ist die nächste ungerade Zahl und deswegen entstehen da immer Quadratzahlen. Genau, Lord Hammer, man könnte auch zwei aufeinanderfolgende Folgenglieder voneinander abziehen, dann kann man das auch schon zeigen, dann machen wir doch das mal. Ihr habt immer so tolle Ideen, ihr habt immer so tolle Ideen, also ich habe zwei aufeinanderfolgende Quadratzahlen, also ich habe n Quadrat und das ziehe ich von n plus 1 Quadrat ab, n plus 1 Quadrat minus n Quadrat, ich habe zwei Quadratzahlen aufeinanderfolgende, die ich voneinander abziehe, was passiert da, das kann man mal ausrechnen, da vorne, ich multipliziere das erstmal aus, erste binomische Formel, n Quadrat plus 2n plus 1 und dann ziehe ich das vorherige Quadrat ab, n Quadrat minus n Quadrat bleibt übrig 2n plus 1 und das ist gerade, kann man sagen, der Term, mit dem man alle ungeraden Zahlen generieren kann. Ah, super Leute, haben wir gleich zwei Sachen in einem Video geklärt, sehr schön. Ich wurde von meinen Studis gefragt, ob man das hier oben, also ich multipliziere zwei Zahlen, also eine Zahl mit der Zahl 2 größer plus 1, ob man das visuell zeigen kann, dass das eine Quadratzahl geben muss. Oder hier, 3 mal 5 plus 1 kann man visuell zeigen, dass das eine Quadratzahl geben muss. Ich habe eine Zahl multipliziert mit einer Zahl, die 2 größer ist, plus 1. Wollen wir uns das mal überlegen, wie man das visuell zeigen könnte? Dann könntest du erstmal ein Beispiel überlegen. Nehmen wir mal das Beispiel 3 mal 5 plus 1. Wie kann man das visualisieren? 3 mal 5 plus 1? 3 mal 5, wie könnte man das visualisieren? du würdest erstmal das 4 mal 4 Quadrat hinmalen, dann überlegen, könnte man machen, wir wissen ja schon, dass 16 rauskommen muss. das wäre aber, können wir machen, das würde jetzt aber die Sache von hinten aufzäumen. Ja gut, rückwärts arbeiten, machen wir mal, wir malen mal 4 x 4 Quadrat hin. So. Okay. Wer hat eine Idee, was können wir machen? Wir können auch von vorn arbeiten, was ist denn 3 mal 5 visuell, geometrisch, räumlich, analog? Weiß es jemand? Okay, Glückspädagoge und Bio, ein Rechteck, naja, können wir ja malen, genau, wir malen mal das Rechteck 3 mal 5. 1, 2, 3 und das Ganze 5 mal. So. Und jetzt wollen wir das überführen in 4 x 4. Und wir wissen, 1, das brauchen wir noch, also plus 1 haben wir noch nicht gemalt. So, wir haben jetzt 3 Reihen auf 5 Punkte. Ja, man könnte auch erst die 3 mal 4 das Quadrat malen und dann die restlichen 4 dran malen. Eine halbe Kiste Bier, okay. also, wir haben jetzt 3 mal 5 und wir wollen zu 4 mal 4. Was stört denn an dem 3 mal 5 Bild? Was können wir denn hier verändern? Können wir das verändern? Genau, man könnte die rechte Reihe nehmen, die hier, wegnehmen und hier unten dran setzen, ne? So. Na ja, na guck mal, da sieht man doch hier, da ist unser 1, was noch fehlt, plus 1, ne? also, wir nehmen von der, na, wir nehmen hier hinten eine Reihe, eine Spalte sozusagen weg, wir nehmen hier hinten diese Spalte weg, setzen hier unten dran. Wir haben ja 3 mal 5. Wenn ich jetzt hier 1 wegnehme, habe ich 3 mal 4. Diese Spalte hat 3 Elemente, wenn ich jetzt hier unten dran sitze, muss zwangsweise hier noch ein Element fehlen, das plus 1. xph schreibt, wir haben ja sozusagen 5 Dreierpäckchen von Kugeln und die können wir dann erstmal zu einem 5-1 Kugelhohen Turm aufstapeln, genau. Und dann haben wir eine Dreierkette übrig, die wir dann schräg dranlegen und dann bleibt genau eine Ecke leer, was dann die plus 1 ist, genau. Da sieht man, dass plus 1 fehlt, genau. Ja, richtig, genau, da sieht man, dass 1 fehlt, genau, super. Und dann bleiben die 3 plus 1 übrig und dann würde man die drunter sehen. Genau. Und wenn man das jetzt allgemein machen wollte, wir müssen es ja, das war jetzt nur ein Beispiel, wir müssen jetzt schon versuchen, das mal allgemein zu machen. Also wir haben hier n Elemente und hier n plus 2. so, das ist unser Rechteck, n mal n plus 2. ja, per nur mit Cola, mit einer Kiste Bier kann man das sogar praktisch darstellen, macht das, genau, super. Also, kann man die Bierflaschen umsortieren. In der Schule würde ich jetzt keine Bierflaschen nehmen, aber Cola-Flaschen vielleicht oder Wasserflaschen oder was weiß ich, genau, aber kann man durchaus sehr schön auch wahrscheinlich so mit Flaschen umsortieren, mal deutlich machen, genau. Also ich habe hier jetzt ein Rechteck, das besteht aus n Reihen und n plus 2 Spalten und jetzt weiß ich, ich kann diese n hier nehmen und hier unten dransetzen, da habe ich auch n. Damit habe ich hier n plus 1 Spalten und hier n plus eine Reihe und da diese untere Reihe nur n Elemente enthält, fehlt hier noch das eine. So, und dann haben wir das auch visuell begründet mit einem ikonischen Beweis. Und Lord Hammer hat es auch noch schön umformuliert, genau. k mal k plus 2 plus 1 ist gleich k mal k plus 1 plus k plus 1, genau. Ja. Wunderschön, Leute, was haben wir hier jetzt schon wieder gelernt, oder? Gucken wir nochmal, wir haben diese Regelmäßigkeit in den Rechnungen, in den Termen auf der linken Seite erkannt, dass immer Quadratzahlen rauskommen müssen, haben das allgemein bewiesen über algebraische Termumformungen. Dann haben wir festgestellt, und wir haben das gleich auch nochmal bewiesen, hier unten visuell mit entsprechenden Rechtecken, high Nietzsche. Und dann haben wir noch was anderes bemerkt, nämlich, dass die ersten ungeraden Zahlen aufaddiert immer eine Quadratzahl ergeben und haben uns das auch nochmal visuell deutlich gemacht. wunderschön. Gut. Vielen Dank.